Die anderen wollen wir nicht, die anderen wollen wir nicht. Bleiben Sie gesund, für uns war es eine große Freude. Sie waren das beste Publikum heute. Und jetzt kommt noch eine materielle Sache. Da drüben steht ein Mann, der hat noch fünf oder sechs CDs da. Kaufen Sie eine ab. Materiell müssen wir über die Runden kommen, wir wollen ja auch noch weitere Konzerte geben. Sie können eine kaufen und Sie auch dorthin. Recht preiswert heute, zehn Euro nur, ne? So gut wie geschenkt. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Empfehlen Sie uns weiter und Ahoi! Ahoi! Applaus 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 Ja, das wäre es dann gewesen. Ich meine, wie war das eben? Zugabe? Ja! Aber nur unter Protest auf Ihre Verantwortung. Nein, wir haben damit gerechnet und verabschieden uns mit unserem Lied, unseren Hörnnamen, unsere wunderschöne Stadt, Wismar. Fischer Jungs, Fischer Jungs, Fischer Jungs, Fischer Jungs, Fischer Jungs, der Hansestadt. Hören Sie sich den Text an und dann wissen Sie, warum Sie hier sind und warum Sie immer wieder kommen. Alles Gute noch einmal und tschüss mit Fischer Jungs, der Hansestadt. Applaus Fischer Jungs, Fischer Jungs, der Hansestadt, Fischer Jungs, Fischer Jungs, der Hansestadt. Applaus Fischer Jungs, 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 F Von beiden Küssen, Sankt Georg, Heiligen Geist, Sankt Karin und Nikolai. Und sie ist der Wieserling, der Barton ist auch da rein. Sie ist der Jungs, der Hansenstadt, bis mal in Mecklenburg. Oh, hör auf, der Wind, der Wind, wir sind immer hart, du dich. Oh, hör auf, der Wind, der Wind, wir sind immer hart, du dich. Sind wir im alten Hafen angelangt, dann wird Fisch probiert und zugelangt. Fisch verschwindet, und mein Gott, wirst du sieben nicht verdorben. Fisch, der Jungs, der Hansenstadt, bis mal in Mecklenburg. Oh, hör auf, der Wind, der Wind, wir sind immer hart, du dich. Oh, hör auf, der Wind, der Wind, wir sind immer hart, du dich. Oh, hör auf, der Wind, wir sind immer hart, du dich. Oh. Oh.